Herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Better. Mein Name ist Patrick Blum und ich werde Ihnen heute einen Überblick über die Integrationsmöglichkeiten mit Checkmk und iDo-It geben. Schauen wir uns zunächst einmal die zwei Tools in diesem Systemverbund an. Zum einen haben wir die CMDB iDo-It, die für die Dokumentation sämtlicher Geräte, Systeme und Non-IT-Assets genutzt wird. Die erfassten Assets können dann mit Organisationen, Personen, Verträgen oder Software in Beziehung gesetzt werden, um einen ganzheitlichen Blick auf die IT-Infrastruktur zu erhalten. Zur Überwachung der eingesetzten Systeme wird häufig das Monitoring-Tool Checkmk eingesetzt. Dieses kann nicht nur Systeme überwachen, sondern auch für die Discovery von Inventory-Daten wie Hardware und Software genutzt werden. Die Verknüpfung dieser beiden Systeme bringt gewaltige Mehrwerte, da bidirektional Daten zwischen den Systemen ausgetauscht werden können. So kann zum Beispiel ein in iDo-It angelegter Server einfach über das Web-Interface nach Checkmk übertragen werden. Dort wird dieser als neuer Host angelegt und kann Informationen über den Host sammeln. Die erfassten Informationen, wie zum Beispiel CPU, Arbeitsspeicher und installierte Applikationen, werden dann wieder an iDo-It übergeben, um das Objekt vollständig zu dokumentieren. Für die Anbindung von iDo-It und Checkmk sind einige Grundvoraussetzungen zu erfüllen. iDo-It muss mindestens in der Version 1.12.2 installiert sein. Zusätzlich wird das Checkmk 2 und das API-Add-On benötigt, um später die Kommunikation mit Checkmk realisieren zu können. Checkmk muss mindestens in der Version 1.5 betrieben werden. Unterstützt wird sowohl die RAW als auch die Enterprise Edition. Wie das Zusammenspiel zwischen iDo-It und Checkmk funktioniert, zeigen wir nun in der Live-Demo. Zuerst einmal legen wir einen neuen Server in iDo-It an. Als Objekttitel vergeben wir hier den FQDN des Servers. Zusätzlich wählen wir den Warto-Ordner, in dem der neue Host angelegt werden soll und legen den Agent und die Site fest. Diesen Host werden wir jetzt über die Checkmk-Hostzuweisung an Checkmk übertragen. In der oberen Navigationsleiste befindet sich durch das installierte Checkmk2-Add-On ein zusätzliches Menü. Hier stehen die Optionen Fetch, Push, Pull und Delete zur Auswahl. Über Fetch kann geprüft werden, ob dieser Host in Checkmk bereits angelegt ist. Über Push kann der Host in Checkmk angelegt werden. Über Pull können Informationen aus Checkmk in iDo-It übertragen werden und über Delete kann der Host in Checkmk gelöscht werden. Dieser Host wird nun über das Push-Command an Checkmk übertragen. Dort taucht er in der entsprechenden Warto-Gruppe auf. Durch den konfigurierten Checkmk-Agenten und das Inventory-Plugin werden nun Daten vom CL-Host gesammelt. Die gesammelten Daten werden nun über das Pull-Command von Checkmk an iDo-It übertragen. Somit stehen Informationen zum Betriebssystem, der CPU, den installierten Anwendungen und Diensten sowie die Kapazität des Arbeitsspeichers zur Verfügung. Zusätzlich wird im Ordner Monitoring der Live-Status des Systems direkt in der CMDB angezeigt. Mit iDo-It und Checkmk wird die Dokumentation und Verwaltung der IT-Infrastruktur somit deutlich vereinfacht. Wenn Sie iDo-It selbst einmal testen möchten, können Sie sich unter i-do-it.com eine 30-tägige kostenlose Testversion inklusive aller iDo-It-Ad-Ons anfordern oder kontaktieren Sie uns einfach unter sales-at-i-do-it.com.